Was hilft Fettabsaugung gegen Zellulite? Hilft Fettabsaugung auch gegen Zellulite? Ja, in gewissen Fällen hilft Fettabsaugung tatsächlich gegen Zellulite. Es kommt aber auch immer auf die Hautelastizität an. Denn wenn man wesentliches Volumen entfernt, wird die Hautelastizität nicht unbedingt besser. Und so kann es also auch sein, dass es eine Verschlechterung der Situation bedingt. Aber in bestimmten Situationen kann man durchaus eine Verbesserung erwarten. Wenn einen allerdings die Zellulite an sich stört, so gibt es andere, bessere Methoden, um die anzugehen.